Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Video, in dem wir auf das aktuelle Marktgeschehen blicken wollen und wie immer dann auch einen kurzen Marktausblick möchte ich an dieser Stelle geben. Es ist ja zuletzt viel passiert, dieser Mordanschlag muss man ja schon sagen, dieses, ja, wieder einmal Irren auf Donald Trump, der von diesem überlebt wurde. Und wenn man sich jetzt die amerikanischen Polls anschaut, also die Wahlumfragen, dann sieht man ganz klar, dass eigentlich aktuell zumindest fast feststeht, dass Donald Trump wieder Präsident werden wird, denn wie gesagt, hier in Deutschland wird das vielleicht nicht so akkurat berichtet, aber es gibt im Internet Seiten wie RealClearPolitics und so weiter, die eben diese ganzen Polls zusammentragen und dort sieht man eben ganz klar, dass in allen diesen Umfragen Donald Trump mittlerweile deutlich führt. Auf der einen Seite hatten wir Ende Juni dieses TV-Duell, was Joe Biden komplett in den Sand gesetzt hat, dann im Zuge der, ja, Pressekonferenz nach dem NATO-Gipfel, wo er dann Zelensky mit Putin verwechselt hat und so weiter. Und jetzt eben dann noch dieser Mordanschlag auf Donald Trump, der von diesem nicht nur überlebt wurde, sondern auch für, ja, ikonische Bilder genutzt wurde. Und da sieht man, welchen politischen Instinkt dieser Mann hat. Und damit ist jetzt relativ klar eigentlich, dass Donald Trump wieder ins Weiße Haus einziehen wird. Nicht klar ist allerdings, ob es am Ende überhaupt noch einen Wahlkampf gegen Joe Biden geben wird, denn da mehren sich jetzt natürlich die Gerüchte, dass er vielleicht doch verzichten könnte. Problem ist nur, wenn es nicht Joe Biden selbst macht, muss es im Prinzip Kamala Harris machen, weil die Spenden, die bisher eingesammelt wurden, und das sind ja Spenden im dreistelligen Millionenbereich fast schon in Richtung eine Milliarde gehend, die sind natürlich an das Team Biden-Harris gebunden. Und klar, Biden kann jetzt zwar sagen, okay, geht nicht mehr, ich bin doch zu alt oder zu krank. Hat er ja jetzt auch gestern erst mal so ein bisschen angedeutet. Aber dann muss eben Kamala Harris das machen, muss einen Running Mate dann, also einen Vizepräsidentschaftskandidat ernennen und ins Rennen ziehen. Und das Problem, was die Demokraten dabei haben, ist, wie gesagt, es kann nur Kamala Harris machen. Wenn sie einen anderen Kandidaten bestimmen würden, müsste der wieder bei Null anfangen mit dem Spenden sammeln, was natürlich dann ein extremer Nachteil wäre. Und das Problem bei Kamala Harris ist halt, dass die in den USA noch unbeliebter ist als Joe Biden selbst. Also insofern stehen die Chancen da ganz gut, dass es am Ende Trump wird. Und aus meiner Sicht ist es auch besser, wenn es Donald Trump wird. Das habe ich ja zuletzt auch schon in dem Interview mit Moritz Hessel gesagt. Dafür gibt es diverse Gründe. Er ist eher Pro-Business. Er hat angekündigt, er will Steuern senken. Er ist auch Pro-Krypto. Und dementsprechend stellt man sich jetzt auch an der Wall Street schon mehr und mehr darauf ein. Und deswegen gab es jetzt zuletzt auch einen sogenannten Trump-Trade. Und das hatten wir ja vor der Wahl Donald Trumps 2016, die ja damals eher überraschend kam, auch schon. Und damals wurden auch beispielsweise Ölaktien und so weiter empfohlen von Bankenseite. Und zum Teil haben die sich dann auch ganz gut entwickelt. Generell muss man aber sagen, ist der Ölsektor hochinteressant. Ich hatte ja da vor längerer Zeit mal ein Video gemacht, dass ich davon ausgehe, dass in den nächsten Jahren der Ölpreis in Richtung 500 Dollar steigen könnte. Ganz einfach deshalb, weil immer weniger investiert wird in die Suche und Förderung nach neuem Öl. Und gleichzeitig aber der Verbrauch, selbst wenn man jetzt hier Maßnahmen einleitet, um das Klima zu schützen, nicht so stark sinkt, nicht so schnell sinkt. Insbesondere Länder wie China und so weiter, die machen da auch nicht mit. Indien ein weiteres. Und dementsprechend wird es dann irgendwann dazu kommen, dass eben das Angebot zu knapp ist. Die Nachfrage, das Angebot übersteigt und dann wird der Preis explodieren. Deswegen sammelt beispielsweise wahrscheinlich auch ein Warren Buffett schon länger Ölaktien ein. Insbesondere natürlich Occidental Petroleum. Die Aktie kann man sich definitiv auch mal anschauen. Sieht auch charttechnisch nicht so schlecht aus. Allerdings, wie gesagt, da muss man ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen. Warren Buffett ist nicht dafür bekannt, dass er hier kurzfristige Trades macht. Das macht er hin und wieder auch mal, aber mit Sicherheit nicht im Ölsektor. Und dementsprechend, man kann ihm hier folgen. Man muss dann aber auch drei, vier, fünf, vielleicht zehn Jahre Zeit haben. Denn selbst wenn ich am Ende recht haben sollte und der Ölpreis geht Richtung 500 Dollar je Barrel, dann wird er das wahrscheinlich nicht bis nächstes oder übernächstes Jahr tun, sondern auf Sicht von fünf, sechs, sieben Jahren. Und wer das Ganze unrealistisch findet, das kann ich auch nachvollziehen. Deswegen sprach ich ja auch von in Richtung 500. Wenn es am Schluss halt nur 400 oder 420 werden, wäre die Richtung ja auch schon mal ganz richtig. Und vor allen Dingen muss man auch sehen, es gab ja schon mal eine Zeit, wo der Ölpreis bei 150 Dollar und mehr war. Und ja, seinerzeit wurden auch Kursziele ausgerufen. Die kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Und ich war damals einer der wenigen Skeptiker, was mir auch gewisse Kritik dann eingebracht hat von Seiten der Ölfans. Und wenn man sich das anschaut, teilweise war der Ölpreis dann ja während der Pandemie sogar negativ und hat sich mittlerweile deutlich normalisiert. Und ja, von daher, wie gesagt, hört sich immer alles ein bisschen unglaublich an. Aber wenn die Märkte, wenn die Bullen mal loslaufen, dann kann so etwas schnell gehen. Also insofern, Ölaktien wären mit Sicherheit ein Trump-Trade. Kein Trump-Trade wären eigentlich beispielsweise Solaraktien. Und das hat man jetzt vor ein paar Tagen gesehen, als eben sich abzeichnete jetzt, dass Trump wohl ins Weiße Haus wieder einziehen wird. Da brach der ETF auf Solaraktien an der Wall Street um 5 Prozent ein. Und bisher haben sich die Aktien davon auch noch nicht erholt. Aus meiner Sicht ist das aber ein etwas kurzfristiger, kurzgesprungener Gedanke. Denn es ist zwar klar, dass Donald Trump jetzt nicht der größte Fan regenerativer Energien ist und keine grüne Umweltpolitik machen wird. Aber man muss sehen, schon die jetzige Regierung geht ja stark gegen China vor und hat beispielsweise auch Schutzzölle auf Solarmodule und Solarzellen eben erhoben. Das war ja damals auch eine Forderung von Frank Asbeck, der mit Solarwirt ja in den USA damals auch tätig war, wobei ihm das am Ende nichts genutzt hat. Und dementsprechend schotten die Amerikaner hier jetzt schon ihren Markt, auch unter Joe Biden, mit solchen Zöllen ab. Und Fürst Solar, der größte amerikanische Produzent von Solarzellen und Solarmodulen, der kann sich derzeit vor Aufträgen nicht retten. Die haben einen Auftragsbestand, das können sie drei Geschäftsjahre brauchen, um das abzuwickeln. Und es kommen nach wie vor neue Aufträge rein. Natürlich nicht mehr so viele aufgrund der zurückfahrenden Subventionen und weil es unter Trump wahrscheinlich dann auch nicht eine Ausweitung und so weiter gibt. Aber generell glaube ich, dass auch der Solarsektor, wenn man denn gezielte Pics macht, nicht uninteressant ist. Und ich glaube nicht, dass das ein Anti-Trump-Trade ist. Ansonsten, Meta-Plattform stand beispielsweise unter Beschuss, weil Trump sich geäußert hatte, er könne nichts mit einem TikTok-Verbot anfangen und er glaube, dass es da Wettbewerb brauche. Grundsätzlich kann man die Reaktionen, die Erstreaktionen definitiv verstehen, weil das natürlich mehr Konkurrenz für Meta-Plattforms, für Facebook und so weiter bedeutet. Auf der anderen Seite, ja, Konkurrenz belebt eigentlich das Geschäft. Und ja, man hat ja in der Vergangenheit gesehen, dass beispielsweise auch Snap, die Snapchat-Mutter, mit ihren Diensten dafür gesorgt hat, dass eben Facebook und Meta, wie der Konzern jetzt heißt, sich weiterentwickeln musste, dass es dann eben Instagram gab mit Storys und so weiter. Man kann davon halten, was man will. Ich bin jetzt auch nicht der größte Instagramer, muss man ganz klar sagen. Aber Konkurrenz hat halt das Geschäft belebt und das ist auch so. Und dementsprechend, der Trump-Trade zuletzt war, Big Tech raus, könnte zur Regulierung da kommen, zumal er sich ja da auch in der Vergangenheit mit einigen angelegt hat. Und dafür, ja, kleinere Aktien ins Depot. Das halte ich kurzfristig zwar für durchaus eine logische Schlussfolgerung, glaube aber nicht, dass das länger anhalten wird. Ganz einfach deshalb, weil die US-Notenbank prinzipiell natürlich noch unabhängig vom Präsidenten ist. Der kann den Notenbank-Chef auch nicht so einfach entlassen, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, dass die Zinsen in den USA bald sinken werden. Könnte mir vorstellen, eigentlich sogar, dass das schon im Juli passiert, wobei die Wahrscheinlichkeit dafür derzeit noch sehr, sehr gering ist und gerade nach der EZB-Entscheidung heute noch mal weiter zurückgegangen ist. Aber wenn dann die Zinsen sinken, dann ist das natürlich prinzipiell für die Big Techs, genauso wie wir, als sie gestiegen sind, keine große Sache. Sie kriegen dann halt ein bisschen weniger Zinsen auf ihre vielen Milliarden. Aber klar, die kleineren Firmen, die profitieren davon mehr, denn die hängen eben am Kredittropf. Und wenn da die Zinsen sinken, dann werden halt die Finanzierungskosten niedriger und das hilft denen. Und deswegen hat man so eine gewisse Rotation gesehen, raus aus Amazon, raus aus Meta und so weiter. Und dafür rein in kleinere Werte. Kurzfristig kann ich das nachvollziehen, kann auch noch ein paar Tage anhalten. Aber generell glaube ich, dass uns das gute Kaufchancen, Nachkaufchancen eher bietet. Gerade auch bei den Big Techs. Ein Alphabet beispielsweise ist ohnehin kaum gefallen. Nach wie vor hohe relative Stärke. Und prinzipiell glaube ich, wenn da einige Aktien deutlicher zurückkommen, Qualitätsaktien deutlicher zurückkommen, dann kann man hier Chancen nutzen. Und auf meiner Kaufliste stehen da sicherlich aus dem Chipsektor eine Nvidia. Aus dem Big Tech-Sektor ganz vorne natürlich eine Alphabet, wenn sie noch ein bisschen zurückkommt, vielleicht auch eine Meta-Plattform. Ganz sicher auch eine Amazon, die aus meiner Sicht ein unterschätzter KI-Wert auch ist. Eine Microsoft, da würde ich eher noch ein bisschen die Finger stillhalten. Die Aktie müsste eigentlich nur einen Tick tiefer fallen. Die ist derzeit schon sehr, sehr hoch bewertet. Aber generell, wie gesagt, glaube ich nicht, das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, dass wir derzeit vor einem größeren Crash stehen. Und denke, dass Rücksetzer, egal ob jetzt von Trump verursacht oder wovon auch immer, dass die eher Kaufchancen bieten. Und damit komme ich zum Schluss noch zum Kryptomarkt. Und das ist ganz interessant, denn Donald Trump wird am 27. Juli, das ist in neun Tagen, das müsste dann, glaube ich, an Samstag sein, auf einer Kryptokonferenz in den USA sprechen. Und das ist natürlich ein Ding, muss man sagen, der wahrscheinlich nächste US-Präsident, der da auf einer Kryptokonferenz auftritt. Und er hat sich ja zuletzt auch, wenn man so will, etwas geläutert gegeben. In der Vergangenheit hat er ja immer gesagt, der US-Dollar ist unsere Währung und wir müssen den US-Dollar schützen und verteidigen. Und mit Bitcoin und Kryptos kann er nichts anfangen. Zuletzt hat er sich als Kryptopräsidenten bezeichnet. Er findet insbesondere Bitcoin ganz gut. Wie das mit anderen Kryptowährungen aussieht, muss man sehen. Aber auch hier gab es zuletzt tendenziell positive Nachrichten. Zum Beispiel stehen die Etherium-Spot-ETFs kurz vor der Zulassung. Und generell muss man natürlich sagen, wenn das alles politisch jetzt so kommen wird, wie das zu vermuten ist, nämlich dass Trump ins Weiße Haus wieder einzieht und die Notenbank spätestens dann ab September mit Zinssenkungen beginnt, dann ist das definitiv auch Rückenwind für den Kryptomarkt. Und ich hatte ja zuletzt in einem Interview mit Moritz Hesse gesagt, dass ich glaube, die Korrektur, die aufgrund MT-GOX und eben BKA-Verkäufen, die da lief, dass die so im Bereich 50.000 spätestens enden sollte. Tatsächlich war es sogar einen Tick drüber. Mittlerweile hat sich der Bitcoin schon wieder auf 65.000 berappelt, also mehr als 20 Prozent hinzugewonnen. Kurzfristige Rücksetzer vielleicht sogar nochmal Richtung 62.000 oder 60.000 oder vielleicht auch mal kurz unter 60.000 sind definitiv nochmal möglich. Aber anschließend ist der Weg nach oben dann eben auch frei. Zunächst bis zum bisherigen Allzeithoch im Bereich 74.000. Und wie gesagt, wenn dann alles so kommt, wie das derzeit zu vermuten ist, mit Zinssenkungen in den USA, mit einem neuen Präsidenten, einem neuen alten Präsidenten Trump, der aber sich da geläutert gibt, dann könnte es sein, dass auch der Kryptozyklus, der Bitcoinzyklus so läuft, wie es in der Vergangenheit eigentlich immer war. Und das würde bedeuten, etwa so sechs, acht, neun Monate nach dem Bitcoin-Hiving und das hatten wir ja im April, da beginnt normalerweise ein großer Bullrun. Der dauert normal einige Wochen, einige Monate. Es gibt allerdings auch da immer wieder scharfe Rücksetzer. Man muss sehen, die Kryptowährungen gehen oftmals durch die Decke. Die steigen dann in ein, zwei Tagen um 100 Prozent und mehr. Gerade bei kleineren Altcoins ist das dann der Fall. Und dann kann eben auch anschließend ein 20, 25 oder auch mal 30-prozentiger Rücksetzer kommen. Generell wichtig, dass man da frühzeitig dabei ist. Deswegen positionieren wir uns im Tuck. Und ich hatte zuletzt ja auch im Total Return Börsenbrief, den ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen möchte, auch einige interessante Werte vorgestellt. Derzeit muss man ganz klar sagen, die Short-Seite, da würde ich derzeit mich nicht unbedingt betätigen. Bloom Energy und so weiter, das sind zwar Werte, die aus meiner Sicht Short-Kandidaten sind. Beyond Meat heute jetzt auch 12 Prozent im Minus, weil sie jetzt versuchen, ihre Anleihe zu restrukturieren. Aber generell muss man sagen, wenn die Bullenherde rennt, dann wird irgendwann auch der größte Schrott nach oben geprügelt. Das hat man zuletzt bei Novavax beispielsweise auch gesehen. Und da darf man den Bullen eben nicht im Weg stehen. Da muss man warten, bis die erschöpft sind. Und dann kann man hier vielleicht auch Short-Positionen mal probieren. Ansonsten auf der Long-Seite einfach gute Werte spielen, fundamental gut untermauerte Werte. Und beispielsweise in der aktuellen Ausgabe des Total Return Börsenbrief hatte ich ja da die Aktie von Expedia vorgestellt, die seitdem auch schon schön angezogen hat. Es gab natürlich noch ein paar andere Tipps, aber die bleiben natürlich dann jetzt auch mal geheim. Da muss man dann eben auch mal den Börsenbrief abonnieren, wenn man die wissen will. Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein. Wie gesagt, es ist zu erwarten, dass die Zinsen in den USA bald sinken, in der Eurozone sowieso. Dass Donald Trump wahrscheinlich wieder ins Weiße Haus einziehen wird, das ist tendenziell gut für den Kryptomarkt. Öl-Aktien dürften davon profitieren, aber man sollte sich auch nicht verrückt machen lassen. Auch die Aktien, die jetzt als Verlierer gelten, wie beispielsweise Solar-Aktien, müssen nicht, zumindest nicht alle Verlierer-Aktien sein. Eine First-Solar gefällt mir auch nach dem Rücksetzer zuletzt ganz gut. Und generell muss man sagen, der Trump-Trade, der ist jetzt schon in den letzten ein, zwei Tagen ein bisschen gelaufen. Vielleicht läuft er auch noch ein bisschen weiter. Man weiß nie, der republikanische Parteitag läuft ja auch noch heute Nacht. Wird da auch die Rede von Donald Trump himself erwartet. Und je nachdem, was er da so von sich gibt, kann das natürlich auch nochmal Auswirkungen haben. Aber alles in allem bleibe ich dabei. Gerechtgefahr sehe ich wenig. Korrekturen sind möglich. Es kann auch mal tatsächlich im Index fünf oder zehn Prozent nach unten gehen. Aber das sind aus meiner Sicht, gerade bei den guten, bei den Qualitätswerten, Kaufchancen, Einstiegschancen, Nachkaufchancen. Und generell bleibe ich übergeordnet noch optimistisch. Man kann natürlich nicht immer optimistisch sein. Ich war ja auch einer der wenigen, die damals rechtzeitig davor gewarnt haben, dass wenn die Zinsen eben steigen, der Aktienmarkt unter Druck kommen wird. Nach diesem Mega-Hype, den wir nach dem Corona-Crash dann gesehen haben, aufgrund der vielen Gelddruckerei. Da lag ich auch richtig. Also jetzt schon seit längerer Zeit. Natürlich, es muss nicht so kommen. Ich kann auch mal daneben liegen. Aber in der Vergangenheit lag ich doch übergeordnet. Oft richtig, meistens richtig. Und darauf kommt es an. Und deswegen hoffe ich, dass euch auch das heutige Video gefallen hat. Und sage an dieser Stelle nur noch eins. Nämlich wie immer, Tschüss und Bye-Bye. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich. Ihr, euer Sascha Huber.